Herzlich Willkommen Leute zu Let's Play Minecraft mit Svestim und mir Gamer4Games.Holytricks und Reptarticles Gaming sind nicht dabei weil der eine hat keinen Bock und der andere ist verreist für ein paar Tage und jetzt haben wir beschlossen mal wieder aufzunehmen aber in alter Konstellation ja so wie früher halt und ich mach erstmal schnell die Musik an und dann werden wir über ein Thema reden ja das Sven jetzt vorstellen wird ja also wir haben eben als wir überlegt haben was wir nach diesem Projekt machen konnten ist uns halt die Idee gekommen von Ultra Hardcore ja Ultra Hardcore war das, eine Ultra Hardcore Season 2 gegen 2 aber da habe ich dann gesagt naja Eric und ich in einem Team das wäre ein bisschen unfair also würde das dann gesplittet werden Jens oder Manni zu einem von uns ja aber ich trau denen das nicht zu ja die sterben einfach viel zu schnell dann werden wir relativ schnell uns alleine aufgestellt wenn wir das selber geschissen kriegen das stimmt und da Minecraft Varo läuft zur Zeit von anderen größeren YouTubern haben wir uns überlegt dass wir auch so eine Art Hunger Games machen können in dem wir 4 halt spielen das dann halt nicht so schnell endet wie Ultra Hardcore Season oder so so siehts aus und wir wollten dann halt sowas wie zum Beispiel dass man sich dann sowas macht halt auf einer größeren Map so eine Begrenzung halt und das geht dann halt so sagen wir mal so man hat halt ja ne Stunde ne ne Stunde Zeit ne Stunde eine Stunde, eineinhalb Stunden so Zeit um sich vorzubereiten und am Anfang trifft man also ist man halt in der Mitte aber dann gibt es halt nen Warppunkt wo sich alle hinwarpen also so habe ich mir das am besten überlegt statt von der Mitte irgendwo hin loszulaufen ist das nicht so gerade naja effektiv und so und da könnte sich jeder hinterherlaufen und danach schon killen wäre es schon also machen wir das so dass man dann sich Warpt an verschiedene Punkte so weit wie möglich auseinander und man hat dann Zeit sich vorzubereiten am besten in dieser Stunde und man macht und ich meine wenn man sich sieht und draufknüppelt dann ist das so ja das das kann man dann nicht verändern also ja das war schon mal so ein Projekt das wir dann machen könnten auf jeden Fall also da hätte ich voll Bock drauf auf jeden Fall ja ich auch und ob die anderen zwei da auch Bock drauf hätten wer weiß ob das so ist aber naja das kommt ganz auf ihre Laune an ja falls das dann nicht klappen wird falls die dann irgendwie doch keine Lust haben dann müssen wir uns halt was anderes überlegen was wir halt mit Sven wieder zu zweit machen können also da hätte ich schon eine Idee was wir im Einkauf machen können wir könnten ja so verschiedene Minigames aufbauen und dann quasi so eine Challenge machen wer besser abschneidet oder was meinst du ja quasi wir bauen so weiß ich nicht einen Jump'n'Run Parkour und äh oder wir suchen uns einfach einen oder es gibt ja vergnügt oder so ne ich meine schon selber bauen oder so dass zum Beispiel ähm du mir einen baust und ich dir und wer dann halt schneller durchkommt der kriegt einen Punkt und dann ein Quiz das auch äh gestellt wird oder so ja das können wir machen du stellst mir Fragen und ich stell dir Fragen wer da auch schneller durchkommt oder so also sowas ist auf jeden Fall drinnen ähm ich freue mich ja jetzt schon drauf aber erstmal muss Season 1 hier beendet werden von uns und das wird sich bestimmt noch ich weiß das schaffen wir ne hundertste Folge glaubst du ja ne wir sind Folge 71 oder 70 ist rausgekommen heute ne 72 ja aber wir haben noch bis 72 sogar ja wir haben noch bis 78 äh voraufgenommen äh ich weiß wenn ich mich beeile dann bin ich vielleicht ok wenn ich jetzt die ganze Zeit an meinem Hotel baue und alles dürfte ich in 10 10 10 10 bis 15 Folgen fertig sein ja also ich würd sagen äh die hundertste Folge ich würd das mal so versuchen dass die hundertste Folge genau das ist wenn wir ins End gehen weißt was ich meine ähm naja wir müssen eh noch den Wither killen ja Wither und alles ey Samy wo bist du eigentlich ey Samy wo bist du eigentlich ich bin hinter meinem Hotel aber achso da bist du mein Gott ich such dich schon ja die hundertste Folge ähm wird auf jeden Fall länger als 15 Minuten laufen das bespreche ich jetzt schon die wird auf jeden Fall weil wir noch alles in die Luft sprengen werden ja auch das das dauert das wird auf jeden Fall ähm ja ihr könnt euch drauf freuen auf jeden Fall auch nicht eine halbe Stunde die wird schon ein bisschen länger dauern weil hundert Folgen ist sowas wie ein Jubiläum würd ich sagen sogar ja dass wir hundert Folgen gemacht haben das sind ungefähr fünf Stunden unserer Lebenszeit die wir damit vergeudet haben Junge oh ja da bist du mein Gott jetzt bleib doch mal stehen ey so wirst du denn vor mir wenn du mich jetzt totnachst ne warte mal ähm äh ich hab mir von dir deine Wolle genommen ne deine ganze ne ja und die wollte ich dir jetzt wieder zurückgeben achso ich geb dir sogar mit Zinsen Junge ich hab dort 1 Stack und 11 jetzt geb ich dir aber 22 sogar oh krasse Sache ja ich wollte nur fair sein als ich dann äh übrigens habt ihr bestimmt schon gemerkt dass ich offscreen weitergemacht hab und so an der Menge und ich werd euch erst erstmal die Neuerungen zeigen also als erstes man sieht die Farm hat sich deutlich vergrößert ja also die Schafsfarm und die Kuhfarm und alles und ich hab alles hier ein bisschen zusammen gemischt so das ist schon mal die äh erste Neuerung zweite Neuerung hier ist fast der Teppichboden auch fertig Druckplatten sind jetzt an allen Türen und hier ist ein geiler Kamin den ich gebaut habe der sieht auf jeden Fall äh sehr nice aus mit neuem Texture Pack auf jeden Fall das so ein Tex-Fan war so dann ja hier Druckplatten wie gesagt dann meine Werkstatt hab ich auch schon ein bisschen so weiter drin gemacht hier ist es schön heller geworden jetzt und äh mit schönen Steinen und Holz und alles da hinten sind die Neuerwarzen jetzt äh stationiert sieht man so schön und ja was gibt's noch so ah ja mein äh Schlafzimmer hab ich jetzt halt nicht viel dran verändert aber ein bisschen was optisches gemacht und zwar das da das sieht auf jeden Fall hammer nice aus wenn nicht schön wir äh daheim fühlt man sich hier direkt mit zwei Betten und so einen geilen Topf mit äh Fichtensetzlingen drinnen so das nächste wäre dann das hier nur noch da unten im äh Boden ist halt Feuer damit es hier halt heller aussieht und das sieht auch geil aus mit dem Neferquats dazwischen ja sonst ist eigentlich nix und der Kamin den muss ich jetzt noch fertig machen dafür brauche ich aber Ton du hast nicht zufällig Ton Sven äh du meinst äh Clay genau Clay ja müsste ich sogar haben in meiner Sandkiste Moment Grafikeinstellungen also alles gut okay in deiner Sandkiste ja ich wusste nicht wo ich das einbauen soll da hast du auch gesagt oh äh das Clay in der Sandkiste ist mir aber neu ach so ja okay ja das weiß ich noch also das kommende was ich jetzt erstmal machen werde ist den Kamin fertig bauen und die Farm äh ich will meine Weizen und Karotten und Kartoffelfarm alles was da hinten ist verlegen und zwar neben die Tierfarm dafür müssen wir aber viel Terraforming betreiben und zwar Erde auslegen so viel wie möglich eigentlich und das könnte sich über ein paar Folgen hinausziehen ich äh hätte ich jetzt alles erst aufgenommen was ich da gebaut habe dann würde das jetzt irgendwas mit 15 Folgen ergeben was ich hier gemacht habe und das wäre voll langweilig wenn man immer das äh gleiche sieht finde ich oh und scheiß Ton und deswegen habe ich es dann gelassen sonst ist hier nichts mehr ne okay wir hätten die Tür aufgelassen hier ja außerdem haben wir den Krater zugemacht aber das müsste man schon äh in den anderen Folgen gesehen haben glaube ich ne oder? ja den habe ich äh letzten okay was ist letzten hab ich schon ein bisschen lange ja also wie gesagt hier wird dann hier äh wird dann die Erde schön ausgelegt hier sieht man auch schon schön der Unterschied hier bis irgendwo nach da hinten auf jeden Fall und dann kommt hier die schöne Weizenfarmen die werden schön groß ja unter und mir ist außerdem ne Höhle das ist nicht so praktisch aber gut was hätten wir was sollen wir machen wir machen das Beste draus und ich erinnere mich noch als hier nur einfach ein Berg war den ich abgebaut hab einfach komplett ich hab sogar noch ein Feld davon boah ja ich weiß noch als hier die Fläche einfach nur war ja die erste Folge müsst ihr euch mal reinziehen wie das hier vorher aussah und jetzt was wir daraus gemacht haben so okay ich mein wir sind jetzt nicht so die Oberprofi Bau Konstrukteure oder so ja aber ich mein wir haben das wir haben das gut hinbekommen muss ich ehrlich sagen das stimmt wo kommt der Treppenaufgang hin denn so teilt grad die Sweep ein oh mein Gott oh ja man höh das hier kommt mir wie größer vor euch sein naja scheiß na falls ich fertig würde na was willst du machen hmm wie baue ich das hier denn so wir brauchen nämlich viel Ziegelsteine noch so viel steht fest na warte das kommt doch da rein na na das ist ja mal da raus wusstest du dass ein Kohleblock ähm also ein Kohleblock besteht ja aus neun Kohle ne ja aber der macht eine Einheit mehr ja ja was denn hat sich informiert Junge ohja ohja WTF fuck hehehe 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 ja ich bin ja an Wände hochklettern da war ja was ja hehehe hehehe ich habe übrigens den neuesten Spider-Man Film jetzt gesehen ohja der übrigens nicht so geil war das würde ich mal anmerken ich will jetzt keinen Spoilern den den noch sehen will ja aber ohne Witz der war nicht so wirklich prickelnd sag ich jetzt einfach mal weil irgendwie naja ich bin kein Fan von Spider-Man ja also ich habe den geguckt ja ich schon eigentlich weißt du so ne und ich habe den reingezogen und dann äh habe ich so gesehen und weißt du und die Handlung ne also da war so eine Hintergrundgeschichte halt alles und dann wurde ja immer so jedes Gespräch so hinausgezögert ne weißt du so 5 Minuten lang ja aber das das hat dann so richtig schön gemerkt weißt du und das war irgendwie so weißt du 5 Minuten lang irgendwie sagt er zum Beispiel so ja erzähl mir davon nein ich weiß nicht ja bitte ne bitte ne bitte ne ok ich sag's dir doch dann weinen die erstmal 5 Minuten lang und dann erzählen die das erst weißt du und dann erzählst du ja ich war immer für dich da dann weint der erstmal eine Runde weißt du und dann ähm und dann erzählt die erstmal die Geschichte und dann kann der es einfach nicht fassen und weint weiter ja und dann erstmal die nächste Szene genauso der gleiche Shit wieder also ich meine hallo ich meine aus Spider-Man ist nur kacke geworden will ich nicht mal anmerken ja ja das ist ja auch mittlerweile der amazingste ja weißt du früher waren die noch äh angenehm zu schauen und die waren auch noch unterhaltsam und da wurde nicht alles so hin und ja stimmt noch kommende Projekte ne äh TTT ach ja ich hab mir den Gary Smote jetzt geholt ja ja aber ich geb dir morgen einfach das Geld und dann ja wir brauchen aber noch die äh wir brauchen aber äh äh Counter-Strike dafür noch ne ich erkläre später nach der Folge ne alles drum und dran ja ja uch uch 12 minus minus 19 19 fuck ich kann nicht 19 nicht nicht mehr puh ok das ist jetzt ärgerlich Ah, 6 Ziegelsteine. Kritisch. Puh, Alter. Du bist behindert, Alter, ganz ohne Scheiß. Brauchst du eigentlich Ziegelsteine? Ziegel? Ja, so wie mein Kamin aussieht. RIP. Gini. 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 Okay, Moment Leute. Ich tricke mal schon nen Schluck. Ich würd mir auf jeden Fall nen Garten oben aus's Dach machen. Gini. 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 Wegen, äh... TTT? Gini. 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 Oh, die Zimmereinteilung, Alter, ist so schwer! Weißt du, dass auch in Garrys Mod enthalten sein müsste? Prop Hunt Und Murderer Da gibt's heute viel, ich hab schon geguckt, da gibt's Height & Seek, alles, da gibt's wirklich... Aber da war's eigentlich auch lustig Ja, wir können ja alles ausprobieren, dann machen wir halt so, die so Let's Play Garrys Mod dann einmal so, äh... Providentary Stone, dann das und dann das, können wir ja machen, ne? Hm, warte, ich muss noch ganz kurz... Wirklich, jetzt muss ja mal Tag sein für mich Und ansonsten... Ja, komm... Ich bin... ...tot... So... So, das muss ich hier noch mit der Treppe korrigieren, aber... Ich muss mich erstmal da hochbauen Ich weiß nicht, wie geht eigentlich so ein Kamin, ne? Der geht ja irgendwie so schräg nach... nach oben, oder? Was? So ein Kamin, ne? Die Spitze, die geht ja dann so, weißt du, so schräg nach oben, oder? So war das, ne? Irgendwie, oder? Ähm... Warte, ich komm mal... Warte, also ich... Ich... Ich muss... Ich muss das sehen, wie du das meinst Ich meine jetzt... Guck, warte... Warte, ich komm mal... Ich will einfach mal gucken, äh, sehen wie du das meinst So, da bist du... Guck, warte... Ich baue das jetzt einfach mal so frontal, einfach nur... So... Und dann... Weiß ich nicht... Dann geht der ja so irgendwie... Hoch, oder nicht? War das... Ist das nicht so ein... Bei Zeichen-Trick irgendwie sowas, oder? Ne? Ja... So sieht das ja aus, oder? Ja... Okay... Oder? Ich hab das... Boah, weiß, was geil wär... Warte, ne... Ich zeig alles kurz... Alter, das ist aber ganz schön knapp, ey... Ich muss mich nach Hause... Ich muss mich nach Hause... Das ist ein bisschen anders, wenn man so guckt, ja... Ja, doch eigentlich... Ich lass das jetzt einfach mal so... Ich muss das jetzt nur noch ein bisschen so anders jetzt machen... Weißt du, wo wir Minenschacht haben? Minenschacht? Ja... Ja... Der ist... Zu meinem Haus... Weil... Dann könnten wir deinen Kamin noch ein bisschen... Den Style-Bonus geben... Ich hab nämlich ne... Silk-Touch mitzacke... Dann könnte es die Mine gehen... Dir die Fäden abbauen... Dann könntest du da quasi so Rauch rausmachen... Mit den... Ja, das... Ich wollte ja auch so... Ja, das könnte man... Ja, das würde voll geil aussehen... Ich hab mich schon überlegt, wie ich solches mache... Vielleicht einfach ganz oben irgendwie so... Nefa-Blöcke hinmachen... Und dann so anzünden... Und dann sieht das so aus, als würde der Rauch so raussteigen... Weißt du, was ich meine? Vielleicht... Ja, aber... Das wär ja so ein fester Block... Ja, ja... Das weiß ich... Deswegen würde ich... Ich würde dir dann einfach meine Silk-Touch-Spitzhacke leiten... Und dann könntest du da einfach ein paar so Netzo fahren gehen... Ja, das könnte man auch... Hab ich nachgeguckt... Hab ich gerade auch ne Silk-Touch-Hacke gehabt... Ja, du hast auch... Du hast auch eine, oder nicht? Ja... Das war die Premium-Hacke... Aber weil die Silk-Touch hat... Will ich den nicht benutzen... Ja... Das ist voll bizar... Ich verstehe deinen Schmerz, mein Freund... Also der Kamin ist jetzt fast fertig jetzt auch... Aber... Das mit den Fäden war ein guter Einfall... Auf jeden Fall schon mal da... Danke schön da für Sven... Oh, fuck... Das... Das tu ich doch gerne... Übrigens meine Rüstung ist auch schon komplett voll am Arsch... Boah, auf jeden Fall freue ich mich schon auf die Zukunftsprojekte... Boah, das wird die Bock machen... So, die Folge... Ja... Die... Die wir jetzt gerade für euch hier aufnehmen... Ne... Und die ihr gerade hier seht... Ja... Wir nehmen die gerade am 27.04. auf... Ja... 18.43... Ist es gerade... Und... Morgen ist... Sind die Osterferien vorbei... Und dann ist Schule... Ich habe echt keinen Lust... Übrigens ist die Folge auch schon lange zu Ende... Wie ich sehe... Ich hab den Timer einfach weggedrückt... Und hab das voll vergessen... Also sehen wir uns dann in der nächsten Folge einfach wieder... Haut rein Leute... Bis zum nächsten Mal... Tschüss... Tschüss...